Nachdenkseiten Die kritische Website Bundesregierung interessiert sich nicht für die Folgen des Abbruchs der Arktis-Forschung mit Russland. Von Florian Warwick Die russische Arktis galt lange Zeit als zentraler Ort für die deutsche Polarforschung. Zahlreiche wissenschaftliche Kooperationen, gemeinsame Forschungsstationen und intensiver Datenaustausch bezeugen dies. All dies wurde auf Initiative der Bundesregierung komplett eingestellt. Die Auswirkungen der Maßnahme für die deutsche Polarforschung sind massiv. Die Nachdenkseiten fragten vor diesem Hintergrund nach. Doch die Bundesregierung scheint vor dem Abbruch weder die entsprechenden Institutionen wie das Alfred-Wagner-Institut oder die Max-Planck-Gesellschaft über die Folgen konsultiert zu haben, noch sich sonst um die nachweislich negativen Auswirkungen für das Wissenschaftsland Deutschland zu kümmern. Herr Büchner, Sie hatten jetzt mehr oder weniger die komplette Aufkündigung der Arktis- und Polarforschung mit Russland genannt, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Da würde mich nur interessieren, es gibt ja im Weltraum, auch Stichwort ISS, eine relativ ungestörte weitere Zusammenarbeit mit der russischen Föderation. Da würde mich nur interessieren, was aus Sicht der Bundesregierung der Unterschied ist zwischen weiterer Zusammenarbeit im Bereich Weltraumforschung, auch Transport von Astronauten etc. und kompletter Abbruch der Beziehungen, was Polarforschung angeht. Das ist ein interessanter Sprung von der Arktis in den Weltraum. Den hätte ich jetzt nicht so genommen. Selbstverständlich mache ich mir auch in dem Fall Ihre Bewertung dessen, was ich gesagt habe, nicht zu eigen. Ich habe hier gar nichts aufgekündigt, sondern ich habe erklärt, dass es vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs eine neue geopolitische Lage gibt. Und ansonsten verweise ich auf das, was ich gesagt habe. Ganz kurze Verständnisfrage. Ja, zum Beispiel im Alfred-Wegner-Institut in Potsdam war lange Zeit russisch. Die Arbeitssprache wegen der Zentralität der russischen Arktis für die deutsche Polarforschung, da würde mich nur interessieren, hat denn vor dieser Entscheidung der Kanzler Rücksprache gehalten mit den entsprechenden wissenschaftlichen Institutionen, was die Auswirkungen einer solchen Aufkündigung für die deutsche Polarforschung bedeuten? Am 18. September hatte das Bundeskabinett die aktualisierten Leitlinien deutscher Arktispolitik beschlossen. Auf der Bundespressekonferenz erklärte dazu Vizeregierungssprecher und ehemaliger Spiegel-Chefredakteur Wolfgang Büchner, ein Business as usual mit Russland ist auch in der Arktis nicht mehr möglich. Aus diesem Grund hat das Kabinett heute die aktualisierten Leitlinien deutscher Arktispolitik beschlossen. Zitat Ende. Dass der von Deutschland initiierte Wissenschaftsboykott gegen Russland, die einst in der Polarforschung führenden wissenschaftlichen Institutionen wie das Alfred-Wegner-Institut AWI sowie die Max-Planck-Institute außerordentlich in Mitleidenschaft ziehe, daraus machen die Verantwortlichen keinen Hehl. So erklärte die Direktoren des AWI gegenüber der deutschen Presseagentur dpa unter anderem, dass der Boykott die vom AWI betriebenen Forschungen hart treffe, vor allem bei den Langzeitprojekten. Wir müssen leider die Beobachtungsreihen in der russischen Arktis aussetzen, obwohl die Klima- und Umweltdaten kritisch seien für die gesamte Menschheit. Und weiter, Zitat. Gerade die sibirische Arktis mit ihren Hitzewellen im Sommer ist die Region, wo wir hinschauen müssen. Dort müssten jetzt eigentlich Geräte ausgetauscht werden. Das ist gestoppt. Zitat Ende. Die Bundestagsabgeordneten André Hunko und Sevin Dadelin, seit 2024 Teil der BSW-Gruppe, initiierten Anfang September 2023 eine Anfrage an die Bundesregierung unter dem Titel Auswirkungen der Sanktionen gegen die Russische Föderation auf Klimaschutz und wissenschaftliche Zusammenarbeit im arktischen Raum. Die Antworten sind vielsagend. Auf die Frage, welche Rolle die Bundesregierung der russischen Arktis im Bereich Klimawandel und Klimaschutz zuspricht, erklärt diese zunächst eine große Bedeutung, um dann im Anschluss auszuführen, Für deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler existieren aktuell keine Möglichkeiten einer Feldforschung auf dem Territorium Russlands. Mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich Russland als Partner diskreditiert. Zitat Ende. Das gleiche Antwortschema bei der Frage der weiteren Nutzung und Wartung von Messgeräten sowie der gemeinsamen Forschungsstation auf der Insel Somolyov. Zitat Ende und erneut Zitat 6. Wurde der Messturm Zotto, Zotino Tall Tower Observatory, von der Max-Planck-Gesellschaft, MPG, an Russland bereits übergeben? Siehe dazu Antwort zu den Fragen 8a und 8b auf die Bundestagsdrucksache 20-4396. a. Wenn ja, wann und an welche Organisation? b. Wenn nein, warum nicht? Verfügt die Bundesregierung über Pläne zur Wiederaufnahme der Nutzung des Messturms Zotto und erhält die deutsche Seite nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell Messungen über den Messturm Zotto? Fragen 6 bis 6b werden zusammen beantwortet. Nach Angaben der Max-Planck-Gesellschaft, MPG, ist die Übergabe von den infrage stehenden Teilen der Infrastruktur des Messturms an die russische Seite von der MPG seit dem Jahr 2022 vorbereitet worden. Vor einer Übergabe im Einklang mit geltenden Sanktionsbestimmungen müssen zahlreiche juristische Fragen geklärt werden. Dieser Prozess dauert noch an. Seit dem Einfrieren der wissenschaftlichen Zusammenarbeit finden keine Wartung der Geräte und kein Abruf von Messdaten durch die MPG statt. 7. Plant das Alfred-Wegener-Institut AWI nach Kenntnis der Bundesregierung die Nutzung der Forschungsstationen auf der Insel Somoliov wieder aufzunehmen? Antwort. Das Alfred-Wegener-Institut plant nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit nicht, die Forschungskooperation an der Forschungsstation Insel Somoliov wieder aufzunehmen. Zitat Ende. Gefragt, ob die Bundesregierung die Position von Sönke Zähle, Direktor am Max-Planck-Institut in Jena, teilt, dass, gerade in einer Phase, in der der Klimawandel langsam sichtbar werde, der Kooperationsstopp große Datenlücken, die für das Verständnis des Erdsystems schwerwiegend sein, verursache, behauptet die Bundesregierung, ohne dies weiter zu belegen. Für die Forschung stehen andere Datenquellen wie beispielsweise Satellitendaten zur Verfügung. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.